ja hallo zusammen ich begrüße euch ganz kurz zu einer info ich begrüße zur info was das für blödsinn aber egal ihr wisst was ich meine ihr nur hier nur eine kurze info heute abend um 22 uhr auf meinem twitch kanal sind der liebe du und ich mal wieder unterwegs in den maps nachdem wir beim letzten mal eigentlich doch recht erfolgreich waren standen 2 zu 1 für du ein andersrum 2 zu 1 gegen mich wie auch immer ihr wisst was ich meine die die dabei sind kennen das spielchen und heute abend geht es weiter wir schauen mal was wir für maps wir euch haben wir sind gespannt was noch geht mit unseren charakteren und freuen uns auf jeden fall wenn ihr dabei seid dann vielleicht heute abend bei mir auf twitch oder morgen abend je nachdem was rauskommt vielen dank auch